Und es geht weiter mit Utah Verkehrster aus Belgien. Sehr schöne Doppeldrehung. Doppelseite gehockt, perfekt gelandet. Schöne Schraube vorwärts. Musik Ui, da sind Probleme im Absprung. War ein Doppelbück. Schade, ja. Irgendwie ein bisschen die Kraft gefehlt. Oder einmal kurz weiche Beine gehabt im Absprung. Und dann irgendwie, ja. Hat die Höhe gefehlt. Ja, ich hatte aber auch Glück, dass sie da noch... ... ... ... ... ...